Doch also jetzt, jetzt spielen natürlich nur die Pros jetzt. Alles, alles ohne Shoot, ey. Geht gar nicht. Ja, komm, das Fieden geht da auch nicht. Kann man dies gar nicht so richtig slow-motion, vielleicht so eine Sekunde ist mein ganz bisschen slow-motion. Der Rest ist einfach nur ganz normales Replay. Oh, Torbein. Nein, Snap. Und schon wieder so kacklappen, denke ich mal. Hm, 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 hm. Oh, 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 oh. Simon, wenn ich, wenn ich meine Mama jetzt aber sage, ja, Simon hat irgendwie kein Bock auf Pennen und ja, kann ich einfach dahin gehen und auf Bio komme ich wieder. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen. Ey, Merkene, das ist dann normal, Merkene, um 4 Uhr nach Hause kommst. Mach dein Fenster auf. Ja, ich wohne im Keller, das ist eigentlich eine mega schlaue Idee. Das ist halt nur so, dass, ja, das schon um 10 Uhr oder so gehen würde zu Simon. Wir müssen zerstören jetzt. Alter, man, die Hardscope, no way. Ich zerstöre die Angler. Oh, Zaro ist gut. Andere Seite, andere Seite. Mein Gott, sind sie schlecht. Der Team ist gerade übelst an mir vorbeigelaufen. Oh, das ist sehr schock. W-N-1. Ich bin halt übelst schlecht, ne? Oh mein Gott, Alter. Jetzt kann Bärsten, die Älte. Nein, wir sind... Wer ist gestorben. Wie machen wir so... Oh, ne, die Hardscope. Ey, ist einer gespawnt. Hinten ist einer gespawnt. Hinten ist einer gespawnt. Ah, genau der. Ich fahre wieder weg. Genau, pass auf, ey, die spawnen die alle da hinten. Die spawnen alle da hinten. Die spawnen alle hinten, Jungs. Der hat... rot war fuß vor. Ja, ich habe... Nein, 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 nein. Wahállo, ich habe nicht gar nurturing. Zwei Mal, geht gar nicht. Sie bitte nicht umadversetzen. hurt mit queda. Jetzt macht man sich nur nicht so abblieben. Sech null oder wir müssen die eine Seite und die andere Marburg ein die Bewerber auf dem Falle von er hat im Klopfer wird er gestorben das Wort der Verlösen so ficken Hälte aber so, aber ich will trick schon also nach verschlafen Lobby ist das immer beste mach den mal da hinten fertig Junge, die sind ja so schlecht, alter Alter, 54, 11 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 Alter, man, ich komm, junge LMG Zielsuche Ey, weil die Typen dieser LMG zu tun sind sind aber alle Level 7 und der Rest ist ein paar Sniper, das ist voll korrekt Alter, jungs No Wow 17, 0, Simon, komm, klau auf dein Leben, alter Ey, bitte jetzt mach keine Scheiße Oh, ne, er tried mit der Scheiße Ja, bitte aufpassen, nur wieder Ja, ey, watch out, ey, pass auf, nein, mach kein Blitzschock, nein, mach kein Blitzschock Pass auf, pass auf jetzt Ey, watch out, watch out Jetzt spielt einer mit SVU Nein, mach das nicht Nein, nein, hör auf, hör auf Ok Nein, nein, Хõõõõõõõr Ich bin gestorben, zwölf, drei Ey, passt auf, ne Ey, pass auf, ne 21,000jud ab, häGröße Ey, hey, ey, button aber auch ein paar Euro 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 da hatte man auch ein Opfer von der Artikel von dem Mann aber auch noch noch alle Schreiber um der Garten von mir um um die Brüder haben wir in der Umluft hier ist einer umdrauf direkt oben auf der Turbine liegt einer und auf der Brücke ist auch einer und mein Gott, wir führen ja so krass, die brauchen die ganzen Junge der Typ geht da gar nicht mehr runter von der Turbine da liegt die ganze Zeit auf der Turbine rum Schütte den auf der Turbine, sagst du, schütte den? Ja, der verpflichtet die Wettbewerb da oben, der muss da runtergehen, Alter ich will die ganze Zeit mit einem rum der LMG spielen, da ist voll los, ich kriege ganz durch geblockter Schaden Och man, ich war schon bei 130 Punkten, man nur durch geblockter Schaden Ich sag jetzt ein Schild, halt, hab ich nicht so... Aber wenn die gleich Kitzel klappt als Scheiß, ne? Der Schaden... Ja, Schaden, meine Freunde Ach du, da kommt jetzt einer Ich halte den hier unten, wenn das geht Unter der Turbine Was, wir haben eine Taktik, ein Stück verstört, geht gar nicht Dann hat die Turbine, dann hat die Turbine, dann schock den Schock, den Schock, den Schock, den Schock, den hat den Hänger, Mann Perfekt, ja ich bin gestorben, das Spiel fehlt das der Fall die siebzig haben würde ich sagen dann fangen wir an mit ja wenn wir die 70er haben, kennen wir die Kriegsroben ich denke nicht jetzt auch, also das ist der Kackkappen hinter dir hinter dir Messi Messi da bitte mal ich will euch nicht sehen, wie ihr auskostet, wenn ich den Kriegsroben mache, wie ihr dann einfach nur lachen werdet weil ich hatte eben auch das Problem verpiss dich man hier ist ein Schneidfahrer, der steht fuck man das hier mein Anfang ist sich jetzt nicht satt gegangen, aber die Ordnung ist einer, ich hab einen, warte wo ist der denn? wo ist der denn? wo ist der denn? ja genau, ey, das gibt's doch nicht, wie viel Pech kann man denn haben aber jetzt muss einer hinten langsam oh, hast du gehittet? nein, wie im Leben hat der gehittet, das ist ein Kacklaffen erst mal so, hast du gehittet und dann Puzzert nee, den nicht wo war der denn? wo war der denn? what the fuck oh mein Gott! oh mein Gott! oh mein Gott! wo war der denn? oh mein Gott! der war unter dem Stein da, ne? ah hat der jetzt Volver gegeben? der war der dann er hat der Das ist ein Dachsport. Das ist ein Dachsport. Das ist ein Dachsport.